Hallo Partner und Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Let's Play von der Pummel-Party aus der Kategorie Mit mir natürlich der Michael Cooper und natürlich auch genannt dem flanken Finger Mark Hallöchen Der hat nämlich natürlich schon gewürfelt der Sack Und der Bibi, die letztes gewonnen hat Hallo, hallo, hallo Ja Und natürlich der Savina Gold alias Luise Oh, jetzt warst du auch kurz weg Was warst du letzte? Was warst du weg? Das war, hallo Hallöchen Jetzt haben wir's, so Jetzt können wir alle hoppen, ne Markus, jetzt Ja, warte Flinker Finger, Joe Oh Das ist Was ist das? Interessant Das ist du Das ist ja gar nicht mal so gut Aber wir müssen ja so drum Okay Jetzt fängt der Mini Grinch an Ach gut Oh, ich hab schon, ich dachte schon, ach das ist... Hm Hm Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Diesen Weg Dieser Weg Wird kein leichter sein Ich weiß nicht, ob ich das will Dieser Weg wird... Dieser Wirk, hab ich grad gesungen Dieser Weg wird sandig und schwer, Mann Das tut mir gleich ganz furchtbar weh Hoffentlich 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 Ach schön, muss ich dich umgewöhnen, du hast ja gar kein Eis auf dem Korb Geil, ein Sandwurm, wie geil ist das denn? Jetzt kommt da der einzig wahre Hey, was soll das denn? Da war er der einzig wahre Stimmt, da hast du recht Klasse Warum denn? Das war der einzig wahre Der Sandwurm Nein Und der nächste Das kann doch nicht wahr sein, was ist das für ein Löffel? Löffel 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 Das werden wir alle gefressen von, wie fies ist das denn? Weg ist weg Das sehe ich nicht Hat halt Hunger Hm Ach komm Risiko Ist das Ding Emo? Wollen wir merken? Das ist durch die, das Brettereignis ist ja aktiv, das ist ja oben rechts und solange das Brettereignis aktiv ist, kriegen wir den Sandwurm ab Ne, ich meine jetzt, äh Oben rechts, wo ist ein Brettereignis? Achso Stimmt Ja Ich meine jetzt diese, diese, diese Dingsfalle hier Was ich meine? Auch das wirst du sehen Ja, wir testen es einfach mal, komm Für die, für die Wissenschaftssystem, ah Sprengabt Na, nur wenn du drauf landest Hippi Ah, ich hab vergessen die Steuerung umzubringen Echt Das schöne Kuh Ah, Kucku Kucku Ich wollte doch die Steuerung einstucken Ja, jetzt wird alles besser Ja, jetzt wird alles besser Kuh ist springen Nein, cooles Druck Nein, cooles Druck Schauf Kuh ist springen 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 oder? Ne, niemand. Markus ist im Moment immer blau gewesen. Ja. Jetzt kommt es noch an, wer von euch beiden zuerst dran ist oder von uns dreien. Der, der zuerst dran ist. Oh nein. Oh nein. Haha, mit den Farben. Ah, Louisanne. Du hast auch noch Farbe genommen. Na dann, Start. So, ich bin immer noch rot. Gut. Boah, erstklassig vorbeigedonnert. Ey, das war meiner. Jetzt mit den Augen zu machen, da siehst du, was dein ist. Jetzt wird er frech hier. Nein. Entschuldigung. War nicht mit Absicht. War mit der Kugel. Nein, bin ich schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, eine. Oh, was ist das? Oh, ich will ja spielen. Okay, ja, dann ist es wohl deins. Hä, ich habe ein, ne. Achso, ja, doch. Oh, ich gucke immer aufs Falsch. Ich gucke immer auf meine Health. Links muss der hin. Achso, ja, stimmt. Links hast recht. Ach, wieder ausgerutscht. Ach, Mensch. Ignorier öffnen. Ignorier öffnen. Um herauszufinden, was sich darin befindet. Verlustig, wenn sich mal was anderes noch befinden würde. Mit was? Eine Bombe oder so. Da steht 40 Schlüssel aus, um herauszufinden, was sich darin befindet. Das ist gemein. Da bist du gerade vorbei. Na, toll. Zack, zack. Na, na, na. Ich gucke immer auf die Health statt auf die Schlüssel. Health. Health? Health. Student, das ist sicher. Zitronenkern, diala unboxing. jac state level, zwei W... Zowall mein Schwarz ist jetzt... Achso, das ist immer noch der Grinch. No? يدa. Du hast so eine Tüte auf den Kopf. Dann musst du es doch gehen. sie muss leute wehtun das ist halt die kann ich anders mein tod dass ich noch dort liegt das sieht traurig aus und ist mit einem im schädel und steckt ein kopf dabei in einem sand in der tüte es geht als ob 2 da kommt doch hat ist das wohl dir so viele geschenke wieder kann sondern bringen sie zum baum zurück die den anderen geschenke wenn du einen anderen finden kannst ok also wieder schlagen diesmal nie offensichtlich nicht bin ich spannend okay ach so ja verstehe alles klar ich bin blau da oben bin ich nimm hilf hey baby hat zu viele Warum von mir? Nein! Ich kann nicht mehr. Das ist das sinnloseste Spiel aller Zeiten. Wir sind die größten Klauschweine Ich höre nur bla bla bla. War ja klar. Ja. Ja. Ich höre nur bla bla bla. War ja klar. Hast du eine Menge Mimimi dabei? Ja. Ja. Hast du eine Geschenk? Mimimi? Bist du eh ganz schön weit davon entfernt. Kannst du so gucken, ob du davor rauskommst. Ach, was habe ich zu verlieren? Na, dann gucken sie mal rein. Oh. Ne, leider nicht. Wow, 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 wow. Juuu. Also von den drei Geschenken, die ich bisher aufgemacht habe, hat das zweimal Glück. Ach, ich darf. Bist du ja auch Bibi? Oh, da ist das. Oh, da ist das. Ja, okay. Ja. Was haben wir denn? Ja. Din, 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 din. Oh. Mhm. Äh. 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 Scheiße, Bibi hat auch einen Teleporter, ne? Nein. Tut mir leid. Werde durchs Board. Äh. 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 Ups. Oh. Das Lustige ist... Sagst du mich mit vornehmst? Ach nee. Und das bringt ihm nicht mal was. Nein, ich hab schon wieder... Schlüssel. Nein. Nee. Ich guck, ich guck immer auf die, auf die Health. Und da halt ich voll, weißt du. Oh, scheiße. Aber 30 ist auch nicht 40. Ja, ich weiß, aber das... Sie ist bei der Health. Ne, weil der Balken immer voll ist, denk ich, ich hab genug, weißt du, ich meine. Ich bin optischer Typ, ich kann mir Zahlen nicht merken. Das ist ja schade. Das ist... Oh, der Müller. Ah, das ist dieses Jump'n'Run-Dings. Hm. Hm. Ach, kennst du auch schon wieder? Na, das haben wir auch schon gespielt das letzte Mal. Ja, ja, ich meine, aber Luisa hat ja bloß zweimal gespielt oder so. Ja, hä? Zwei Minispiele hat sie bloß gespielt. Zwei Minispiele hat sie bloß gespielt. Zwei Minispiele hat sie bloß gespielt. Echt, der lag durchgezockt. Ja, weißt du. Ja, ja. Nein. Kann nicht wahr. So, ich bin grün. Lass das einmal durch. Hä, wieso? Hm? Geht doch mal alle weg. Oh. Was haben die noch geschafft? Oh, nee. Einträchtig. Äh, wo geht's denn hier lang? Ich bin irritiert. Verdammt. Ich hab den Weg verloren. Das ist... Undünstig. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh, fuck. Geht weg. Geht weg. Lass das Einhund. Fuck. Halt die Richtung. Ja, alles gemerkt. Ich muss mich durch. Nein. Kackeisscholle. Nein. Oh, was ist denn jetzt? Oh, hab ich gegen Lachkauseinspritzung hier. Jawoll. Nein. Warum hat der das weggemacht? Ich bin hängen geblieben. Hängen geblieben. Mist. 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 Kann ich dich schlagen hier? Wann kann ich dich schlagen? Ich schütze mich. Ich lebe wieder zurück. Ich verstecke mich hinterm Baum. Komm her, du Opfer. Tu ihm weh, tu ihm weh. Du kack, Bratze. 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 Ist denn jetzt hier mal vorbei? Was ist denn hier mit Grün? Luise, nie tauchen, ne? Du musst auf die Schäden bleiben. Nee, 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 nee. Okay. Das war genau unter mir. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ist nur ne Rakete. So, was haben wir denn so? Du, 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 du. Tja, Speedy Consult. Schnell jetzt mal aus von Mexiko. Ja, ja, kein Stress. Was ist das denn? Das war... Mein Meister. Mein Meister. Ja, Kleister, Meister. Meister, Kleister, Dings. Wo ist der, dass er das tut? Was denn? Was denn? Au, au, au. Danke, danke. Siehst du hier, Bibi wieder? Alte Kapi Gandalf. Alter Kapi Gandalf. Ganz böse. Die Glocke hab ich ganz vergessen. Ganz böse. Ach fuck, ich dachte weiter hinten. Das ist gemein. Okay, das war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Achso, obwohl du hast Schlüssel verloren. Oh. Mitleid noch dazu. Schön. Was war ich denn jetzt gewürfelt? Hm. Ne 48, Kevin. Ne 48. Ach verdammt, das war mehr als ich dachte. Ja. Ach doch, der hier. Ach, der hier ist. Wie heiß denn das Ding? Oh, da ist's. Ja. Also quasi Ping-Pong zu 4. Yes, we can. Yes, we can. Make Ping-Pong great again. Ich bin grün. Nein, hör auf, was du sagen. Dann bin ich gelb. Nicht immer auf mich. Huch, kam mir noch einer angeflogen, das habe ich gleich gesehen. So, doch mal auf hier. Können wir mal... Entschuldigung. Ja? Nein! Nein. Oh, das ist doch... Ich zieh hier nicht mehr durch. Was hat das denn? Tja. So, der Meister ist wieder dran heute. Ja, sonst gebe ich eh. So, was mache ich denn? Jetzt habe ich irgendwas gewonnen? Aber ich mache jetzt auch mal Risiko. Liebste. Nop. Schlurp. 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 Mini-Crench leg los. Mini-Crench. Ah, ah, ah. Oft kopiert nie erreicht. Oft kopiert schlechte Belichtung. Und der Hammer-Kaktus ist wieder am Start. Ein Kaktus. Ein Kaktus. Bring dich um, du blöde Sau. Ein Feld. Wolltest du noch eine Runde rum? Ein Feld im Kornfeld. Mach noch eine Runde rum. Ein Kaktus im Kornfeld. Der ist immer frei. Zoom. Yay. Oh, Kake, du musst ja voll wieder... Ach du Scheiße. Oh, nee. Und gleich gefressen. Super. Gut gemacht. Was ich immer für Glück habe hier. Nee. Und da kommt er wieder, oder? Na klar, da kommt jetzt. Ab. Ja. Brettereignis. Da. Da ist er wieder. Ist ja schon gewohnt, dass der jetzt orange ist, eh der Morbus. Wollst du jetzt nicht das Ding holen? Ah, es holen. Die Truhe. Die wäre rechts gewesen. Aber dann wäre ich da reingefallen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, die Goldbaum zu schnappen. Aus dem Weg. Ich bin schwarz. Au. Au. Ich stecke hier, ich stecke hier rechts fest. Ich komme nicht mehr raus. Wie mach ich... Oh, nein. Jaaaa. Das ist ja gemein. Das ist fies tatsächlich. Ja, Markus klaut dir natürlich voll vor der Nase die Goldbaum. Ich kanns auch nicht mehr ablegen. Niiiisss. Ja, gut. Fuck. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Quasi ein Minispiel. Um es mal so zu sagen. Och mal. Das ist echt fies. Wie schön. Macht Spaß. Geil, ne? Hame. Oh, gerade noch so geschafft. Ja, ja. Warum müssen wir gerade in der Rush-Auer hier in der Bank überfallen? Kann mir das mal einer sagen? Frage. Oh nein, Schatz, es war zwei Goldbahnen vor der Nase. Oh, oh. Nicht schlecht. Ah, wieder die zwei Kabi-Gunnen. Mit der Rakete. Ja, jetzt bist du falsch rumgelaufen. Macht nix. Mit der Rakete. Luise ist gewinnere Herzen, weil sie festgegangen hat. Ui. Ja, oder? Ja. Nee, ist nicht schön. Nicht schön. Wird schon so weit sein können. Hätte, wenn du da war. Hätte, wenn du nicht geschissene Darnasen gehabt. In der Tat. Ist was dran. Aber wenn es Mut, dann Mut, gell? Rutsch mal, der Kaktus kommt. Oh Gott, es ist ein Kaktus. kaktus kaputt gemacht zum beispiel sicher bb und teleporter hat aber ich habe 37 möge der bessere gewinnen was geht jetzt ja wohl ganz groß ja wohl ja geil du scheiße das müssen zielen weil ich den Du kannst bestimmt bloß irgendwie... Keine Ahnung. Einfach ausweichen. Einfach ausweichen. Die Frage ist, warum zielen? Genau. Ich würde sagen, das werden wir herausfinden. Echtlich, ja. Ich bin orange. Ach, du kriegst du nicht zu. Ach so, das ist einfach nur die Perspektive. Das war ja nichts. Ich bin nur schnell raus. Scheiße. Ach so. Ach so. Das startet wieder. Sag das doch einer. Alter, wie soll ich denn das machen hier, wenn fünf Autos auf mich kommen? Au, da war ein Panzer. Der kam direkt auf mich drauf geflogen. Das war unfair. Ich bin oben. Habe ich jetzt gewonnen. Alter, was? Du hast wirklich einen Panzer? Ja, dann hast du wahrscheinlich gewonnen. Wer am weitesten kommt, gewinnt. Kannst du doch nicht mal drüber springen. Wofür kann ich springen, wenn ich nicht über die Autos drüber kann? Ich bin ja keinen Meter weit. Sieht aber cool aus. Wo seid ihr denn? Um zurückzulaufen. Seid ihr alle schon oben? Ja. Kann ich schlagen wenchen? Ja, scheiße. Nee. Au. Habe ich auch schon probiert. Na, man sorgt das hier wohl jetzt aus. Aber gut zu wissen. Wieso seid ihr denn alle oben angekommen und ich krepel hier immer noch rum, das war nicht wahr? Nein, ich muss doch mal von vorne. Ich hier mit meinen 44 Punkten hier alle 107, ist doch nicht wahr? Du warst schon, Louis, du warst schon oben, du hast gewonnen. Ja, ja, ich war schon oben, ich wurde trotzdem nochmal getroffen. Es ist gemein. Ich weiß gar nicht, wie ihr da hochgekommen seid. Einfach durch. Einfach durch. Wir haben die Augen zugemacht und zack. Ja. Das war ja mal richtig scheiße. Du Meister. Mein Meister. Ich bin... Deine Mutti. Tu ihm weh. Dann kann er sich nichts kaufen. Eh. Oha. Mann, was bist du denn für eine brutale Tante? Ja, Markus. Denk dran, die ganze Jahre, die wir uns schon kennen. Kürbelst du gegen das daneben? Was war denn das? Keine Ahnung. Er hat schlecht gezielt. Das war aber genau drauf. Wie viel Milch hast du schon weg? Das ist ja jetzt blöd. Karma, weißt du das? Karma. Danke. Gerne. Das ist auch lieb von dir. Das ist... Das ist... Habe ich nicht. Das ist ja wieder der Kaktus. Das ist ja wieder der Kaktus. Das ist ja wieder der Kaktus. Ne neun, ne neun, ne neun, ne neun, ne neun, ne neun. Ne fünf. Oha, meine ganzen Schlüsse. Danke. Nett von dir. Gönn dir. Mein Meister. Ja. Kann man nicht die Brücke irgendwie zum Einsturz bringen? Was ist denn, was... Was hast du mit der Bibi gemacht? Diese Mordlust. Die ist so agro, eh. Ja. Oh, ne, da wird schon Kacke drin, ne? Oh, ja, ja. Da wird schon Kacke. Das ist so was für Bibi, oder? Bibi war letztens gut. Hm. Da waren wir aber auch nur zu dritt. Stimmt. Isi, wie gut bist du darin? Ich hab das noch nicht gespielt. Ah, du musst einfach so viel Flash wie möglich mit deinem Dings, ne? Die hat's noch nicht gespielt, blink blink. Nein, hab ich wirklich nicht. Ne, du hast aber viel dieses Farb... Natürlich nicht, blink blink. Nein! Oh, jetzt mach Start hier. Du hast jetzt aber viel dieses Farb-Dings, äh, Snitch-Dings gespielt. Ach, hier. Die hat's doch noch nicht gespielt, blink blink. Nein, hab ich wirklich nicht. Ah, ich muss ja die scheiß Dinger einsammeln. Wo sind denn die? Ja, das hing grad. Schon wieder Bibi, siehste. Wenn's Kristalle... Die kleine Capigandalfin, ey. Wenn's Kristalle... Hier, weißt du, Edelsteine, zack. Dalfin. Wir müssen ja gendergerecht hier sein. Ich steh die Bibi wieder, die hier mit den Capigand. Nein. Okay, ich war ganz mal ganz dezent Letzte, was denn da passiert. Okay. Ich hab was zum Henker. Nein, 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 nein. Sechs. Kann mal jemand was dagegen unternehmen? Irgendwas. Ignorieren. 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 Ich bin ja eh am Schluss wieder. Komm, richt dich nicht auf Bibi. Und du wirst wieder Erster. Ich bin doch gerade vorbei. Ich gönn's ja allen, außer dir. Ich war in den letzten Spielen immer Letzter. Das ist gemein. Bei der letzten Session war ich immer Letzter. Bei der letzten Session war ich immer Letzter. Pummel Letzter. Pummel Letzter. Oh, nein. Und gleich noch. Oh, was ist jetzt? Ey, du hast aber heute Pech, ey. Ist so. Alter, Alter. Du wurdest ja schon massakriert durch Löcher. Ist so. Geköpft, weggeklatscht. Was ich alles durchstehen muss, könnte ich nicht vorstellen. So. Bichakichan. Mit der Knirsche Brüche. Mein Meister. Hallo, ich bin der Kaku. Soll ich auch mitreden? Nein. Was machst du denn du dort auf diesen komischen Stamm? Das geht nicht gar nicht an. Nein. Oder eben auch so blöde. Du fliegst du raus aus der Leitung. Fliegst du raus. Fliegst du raus. Es hört mir auf hier, dieses blöde nachgefragene ganze Zeit. Schöne Neune. Ne Neune. Ne Neune. Da gibt es einen auf die Neune gleich hier. Das gibt es aber nie. Hallo. Können die ganzen Schlüssel einsammeln. Na und wie seid ihr? 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 Wie nett Luise ist. Sie tut ihre ganzen Schlüssel für uns hinlegen. Ist aber lieb von ihr oder? Nett wie ich bin und keiner tut es anerkennen. Ja ne? Oh da habe ich mich nicht einmal selber als Haus befördert. Grandios. Na was bin ich denn? Ach grün. Wo bin ich denn? Hui. Okay, das war unfair. Au. Ey. Okay, das ist fies. Ich häng ein bisschen fest. Aua. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße mit der Scheiße. Scheiße mit der Scheiße hier. Äh. Hör doch mit. Nein. Oh, ich fass es nicht. Ach ja. Komm da eins. Ach mein Tier ist drunk. Was? Eins? Nein. Irgendwas zwischen eins und fünf. Oder sechs. Wo wurde das Ding? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ach hier, gleich. Ne, das ist nicht die Truhe. Kein anderes. Ich habe aber eh nie. Doch, ich habe nur genug. Mhm. Eine neun bitte. Kann ich überhaupt jetzt was wählen? Ne, ne? Ach du. Scheiße. Eine Rakete wäre zu weit, ne? Jetzt habe ich nicht gemerkt, wie weit die Rakete geht. Ach nein. Na gut, ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe kein Risiko ein. Hm, es ist doch nicht wahr. Genau. Siehst du mal, wie uns immer gegen wir die? Ja, genau, wie glücklich dieser Kaktus ist. Ja. Weißt du, ich habe wenigstens, also bei mir kriegen wenigstens andere auch mal einen Pokal. Ja, du weißt nicht, 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 du weißt nicht mehr genau. Au. Ich habe null, okay? Ich habe null. So. Stopp, stopp, warte, 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 warte. Kannst du kurz warten? Wir sind nämlich jetzt bei der Zeit. Ich muss eh gucken, wo ich hier, wo, ich habe grad nicht geguckt. Damit man, falls ich doch so schnell gewinne, und wir für die zweite Folge noch Zeit haben, ist das ja. Was sowieso nicht wird, Bibi wird am Ende eh gewinnen. Deswegen würde ich sagen, während Bibi sich umguckt, sagte Michael Cooper schon mal Ciao. Winke, winke. Hallo? Luise? Ich habe was gesagt, hat man mich schon wieder nicht gehört? Ne, weil jetzt alle gleichzeitig wahrscheinlich. Ciao, Kakao. Und wie immer, wenn es sich gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Luise, was sollen sie dann machen eigentlich? Einen schönen Like und ein Abo da lassen. Und die Klingel aktivieren. Richtig. Und, ähm, Margus, ansonsten? Cut it out. Und, ähm. Und, ähm.